...285, nächstes Jahr von Rado und 6-jähriger Rollstrahl von Contender, die wird von der Bremsegung. Aforado, Züttel und Züttelkassen, Wuppenschuhl aus Franz-Wüttel und Züttel. Reiterin noch einmal Stoffe Paul vom Ralf- und Franz-Nein-Alkossug. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir fahren hier ein Pferd mit deutlichem Vermögen am Sprung, mit einer guten Beintechnik. Die Richtigkeit, von dem wir noch etwas gegen die Hand gehen, auch Vordensprung hat man uns gewünscht, dass er leider auf das eine oder andere Mal in der Nase etwas mehr vorkommt. Amtsprung selber, dann mit dem übenden Amtsprung, etwas mehr durch den Körper hätten wir uns die Bewegungsablauf Amtsprung gewünscht sein, wir haben jetzt einen ziemlich guten Bereich, 7,5, das zur einer Zeit und zurückbegleitet diese Noten als Endnote. Jetzt startet diese Prüfung, die 328 Krimpressa.